Ja Freunde des Eiskufen-Sportes, hier ist Landshut Skorpions TV für die Indians. Wir würden euch ja gerne noch ein und zwei Spielberichte zeigen, beziehungsweise Stimmen einfangen, aber leider ist das alles, was wir nur noch filmen dürfen. Mehr gibt es später aus Landshut. Ja, zu den restlichen drei Spielen brauchen wir glaube ich nicht mehr vier sagen, jeder Punkt zählt. Und ja, also ich wäre mit einem schon zufrieden heute, zwei wären gut und drei, ja, dann feiern wir durch. Ja, probier mal. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das war's für mich. Musik 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 Vielen Dank. Musik Rado Park! Rado Park! Rado Park! Rado Park! Rado Park! Rado Park! Es ist aufgeregt, meine Spiegelung! Rado Park! 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 Guck, 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 guck! Werde mich liegt noch zwischen Nachteil und球. Wir gehen auf Hannover. In jetzt. Fünf, drei. Und ich will es noch auf den Eis sehen. Also bitte keinen Händen, es heißt so lange ich will es noch auf den Eis sehen. Und jetzt alle! Und jetzt alle! Und jetzt alle! Wir wollen die Eis sehen! Wir wollen die Eis sehen! Wir an die TGT! Und jetzt alle! Und jetzt alle!